Egal, alle Gegenschöne nehmen. Ein großer Erfahrung, ihr Winterschwert. Als ihr das Schwert in Händen haltet, meint er, Ach, ich leihe es euch für eine Weile. Ihr müsst es ja wiederbringen. Wo solltet ihr auch schon hin damit? Und wenn ihr Faxen macht, gibt's Ärger. Früher oder später kriegen wir euch doch. Ach, also sagen wir, ihr könnt es einen Monat lang haben. Plötzlich beginnt er leise zu wimmern. Hättet ihr doch nur nichts von dem Schatz genommen. Jede einzelne Goldmünze hier unten ist verflucht. Jetzt, wo ihr auch für den Rest aller Zeit in diesem Loch verweilen müsst, Könnt ihr uns nicht mehr helfen. Ihr brecht in die Knie. Ui. Das ist übel. Das wusste ich nicht. Das ist übel. Gut, die Truhe hatten wir, glaube ich. Ja. Die Truhe ist leer. Das heißt, wir dürfen von hier aus nochmal neu anfangen. Hat sie die Dinger noch? Nein. Ah. Nochmal zaubern. Ich glaube. Nein. Es stinkt. Die Sch... Nehmen wir, gehen wir ihm mit. Die andere Truhe kennen wir. Gut. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Ah gut. Von hier aus komme ich nicht raus. Das war natürlich jetzt übel. Aber schön zu wissen. Man, gut, dass ich hier so meinen Speicherwaren habe. Das heißt, wir speichern hier wieder mit 12.1. Oder wartet mal. Ne, 12.1 war... War, 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 war. Moment mal, vielleicht haben wir sogar noch einen Speicherpunkt vorher, vor dem Schatz. Nein, haben wir nicht mehr. Was ist für Punkt 2 dann? 12.2 war das. Ah, das ist übel. Bleibt doch wirklich nur 12er aus. Über. Mist. Das heißt, die anderen beiden Spielspieler muss ich unbedingt überschreiben. Gut, die Hacke nehmen wir mit. Ah. Die hat doch nicht keinen Dietrich. Zaubern, Vorrahmen. Nochmal. Vorrahmen. Nochmal. Zaubern, ja. Vorrahmen. Zaubern, ja. Na bitte. Vorrahmen. Nein. Es stinkt die Sch... Zauwarsch. Gut. Können wir ein bisschen laufen, dann beschleunigen wir das Ganze wieder ein bisschen. So. Hier speichern wir auf 12.1. Weil jetzt geht das Ganze... Äh, gedöhnen sie wieder von vorne los. Das Camp mal ganz schnell überschreiben, dass wir da wieder vernünftigen Stand haben. Aber ich habe jetzt gerade was anderes vor. Was haben wir denn hier? Vergifte. Wir haben so viel von dem Zeug. Und du kannst mal vielleicht ein paar Pfeile abgeben. Oder auch nicht. Das ist übel. Das ist gerade wirklich übel. Wegwerfen. Jetzt ist sie eher überladen. Alter, das gibt es doch gar nicht. Egal. Kommt mit klar. Es sei denn. Moment. Sie ist auch voll. Gut. Ersten Kampf. Attacke. Vielleicht bringt sie ja was, die Waffe zu vergiften. Äh, ein Gefehl gestorben. Wir haben gesiegt. Das war schon Nummer 1. Das ist gut. Und das war so ohne Schaden, ey. Das ist immer klasse. Magie wieder auffüllen. Noch vergiftet. Und zerbrechlich. Nee, ist nicht mehr vergiftet. Aber. Wir haben so viel davon. Ich möchte den beiden mal ein bisschen was geben. Auch mal 2 geben. Gucken wir uns, was das bringt. So. Wählen. Und auch wieder auffüllen. Gut. Weiter geht's. Eine Sache will ich noch was kontrollieren. Wie sie jetzt in Aussehen vergiftet ist. Steht gar nicht dran. Na gut. Auf in den Kampf. Ja. So. Ähm. Yellow muss ich gleich mal aufpassen. Ausschalten. Yellow ist sogar dran. Das ist gut. Nein. Der hat keinen Zaubertrank. Was hast du eigentlich für einen Trank hier. Kürkis. Was ist das da? Waffengift. Fall ich glaube ich jedes Mal wieder drauf rein. Trinke. Zaubern. Heilung. Balsam. Maximum. Weiter geht's. Äh. Nein. Moment mal. Äh. Du gehst mal kurz da auf ihn. Du gehst mal eher da lang. Äh. Mir geht's gerade um was anderes. Ich möchte. Ihn da weg haben. Ist mir egal. Auf jeden Fall muss er da weg. Tauschen ihn mal kurz aus. Nee. Nee. Automatik. Nein. Aber damit kann ich schon eher leben. Ich bin zwei auf einer Position. So. Äh. Leicht verwundet. Immer noch. Nein. Genau den wollte ich doch gerade. Oh. Egal. Automatik. Führschalen. Aber ich wieder nicht. Hau mal zu. Jetzt kann ich dich. Verarzten. Attacke. So. Sieht schon wieder besser aus. Vielleicht den automatischen Kampf doch nicht ganz immer bis zum Ende laufen lassen. Sondern immer ab und zu mal ein bisschen was machen. So. Und wieder. Hier teilen wir uns das Ganze mal ein bisschen. Du hast welche. Du hast auch welche. Du hast auch welche. Du hast auch welche. Du hast keine. Du brauchst davon nicht alles. Ich kann mal wegwerfen. Ich kann mal da rüber packen. Munition kann man hier mal stapeln. Hier genauso. Dann kann man hier mal wieder ein bisschen Munition wegnehmen. Und hier auch. Das sieht ja schon mal gar nicht mal so schlecht aus. Was haben wir hier? Schlangengift. Reicht immer noch nicht. Überladen. Das ist eher überladen. Naja. Aber hier kann ich was wegwerfen. Ähm. Ja. Bom, 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 bom. Das geht. Gut. Speichern. Speichern. Ähm. Wir campen mal kurz. Er sieht ziemlich übel aus. Der Rest geht eigentlich, wenn man das Ganze so macht wie eben. Also ein bisschen in die Automatik eingreift. So. Sie sieht mal ziemlich viel Rot. Das ist das Problem. Gar kein Grün hochgehen. Auch jetzt ja. Ah, zu spät. Egal. Nein. Jetzt kann ich wieder laden. Alter Falter. Ne, 12.1 laden. Ich habe glaube ich nochmal gerastet. Da war was. Genau. Das hatte ich nicht gespeichert. Da war was. Genau, genau, genau. Ups. Da habe ich gerade was dagegen geschoben. Was ich nicht dagegen schieben wollte. Und wieder rein in den Kampf. Ich wollte gerade sagen. Irgendwo stimmt doch hier nicht. Ja, ja. So, du kannst da zuschlagen. Du kannst da auch zuschlagen. Wobei, bis jetzt passt das eigentlich so wie wir stehen. Ne, eigentlich passt das nochmal. Gut, Automatik. Eigentlich passen wir noch. Moment. So, wer ist dran? Gorbosch ist dran. Vergifte. Wählen. Steht kaum noch. Vergifte. Wählen. Attacke. So. So, wer ist dran? Talimä. So. Äh, geh halt. Die ist weg. Du musst mal ein bisschen was trinken. Automatik. So. Das sieht doch ganz gut aus wieder. So, die habe ich aufgehoben. Du schießt auf etwas, was du gar nicht bekämpfen kannst. Du gehst mal laufen. Du gehst mal laufen. Tödlich getroffen. Gut. So. Nochmal. Jetzt müsste es aber gehen. Hoffen wir mal. Oh, er schießt auf die Viecher. So. Wir haben gesiegt. Ja, geht doch. Wenn wir ein bisschen Taktik reinbringen, dann geht das. So, wieder zweimal rasten müsste das sein. Und dann sind wir hier oben eigentlich auch wieder fertig. Ich glaube, ein oder zwei Kämpfe haben wir noch, ne? Hier oben. Speichern. 12-1. Speichern. Ja. So. Und weiter geht's. Na, zwei Kämpfe haben wir noch. Automatik. Klar. Verrenne sie mal. So. Mal wieder unterbrechen. Talimä steht im Nahkampf. Nicht sehr intelligent. Gorborch stellt sich mal da hin. Da, 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 da. Du stellst dich da hin. Äh. Das geht sogar. So. Das sieht auch ganz gut aus. Der Rachegeist steht. Der kann man da drauf schießen. So. Jetzt gehen wir wieder in Automatik. Zick. Ne, dich lassen wir nochmal so kämpfen. Gorbosch. Lass mal kurz einen Heiltrank nehmen. Und lassen da zuschlagen. Björn. Schlägt mal da zu. Du gehst einen Schritt nach da und hilfst damit. Und, äh. Geh halt da, 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 da. Du kannst da drauf schlagen. Egal. Jetzt müsste es automatiktechnisch eigentlich gehen. Ich wollte ihn unterbrechen. Ähm. Du gehst mal zwei Schritte so rüber. Du schlägst da zu. Du schlägst da mal runter. Das ist auch gut. Du kannst da zuschlagen. Du kannst da auch zuschlagen. Ähm. Dann setzt du mal kurz aus. Und du. Ach, verdammt. Ähm. Einen rauf. Na gut. Jetzt kennt ihr euch doch wieder selber. Na gut. Jetzt aber. So, jetzt können wir die Automatik einschalten. So, sieht auch ganz gut aus. Wir haben gesehen. Alle ging ständig. So, rasten. Das sah doch gar nicht mal so schlecht aus. Bis jetzt. Wieder. Nochmal rasten. Und die Werte schön voll sind. Die Werte. Und hier. So.